Gesunde Böden sind nicht nur vielfältig, sondern vor allem eines, extrem wichtig. Umso entscheidender ist es, dass wir unsere Böden endlich besser kennenlernen. Mein Name ist Carola Garicht und im Rahmen des Projekts Expedition Erdreich sind am IPN Kiel Unterrichtsmaterialien entstanden, die das Thema bodenkreativ und anschaulich in den Klassenraum holen. Ihr habt Lust, bei der Expedition dabei zu sein? Alle Informationen und die Materialien zum Download findet ihr unter www.expedition-erdreich.de www.expedition-erdreich.de